Bayern setzt auf Innovation, Forschung und Hightech. Moderne Technologien unterstützen die Menschen in verschiedenen Bereichen ihres Alltags. Moderne Tools für Grundschüler. Technisches Know-how, wie zum Beispiel im digitalen Stift EduPen, unterstützt Kinder dabei, besser schreiben zu lernen. Mobilität der Zukunft. In Bad Birnbach unterstützen autonome Minibusse den ÖPNV. So profitieren die Menschen im ländlichen Raum von neuen Möglichkeiten digital gestützter Mobilität. Lebensmittel wertschätzen, weniger wegwerfen, Geld sparen. Die smarte Stocci-App erinnert, wenn Essen kurz vor dem Verfallsdatum steht und schlägt passende Rezepte vor. Das Modellprojekt Dein Haus 4.0 erforscht, wie Menschen länger selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung wohnen können. Ein Roboter ist digitale Haushaltshilfe und unterstützt bei der medizinischen Versorgung. Polizeischüler trainieren in vielfältigen digitalen Szenarien den richtigen Umgang mit Gefahrensituationen. So sind sie noch besser für den Polizeialtag gerüstet. Bayern investiert fast 3 Milliarden Euro in die Hightech-Agenda. Für mehr Forschung und Innovation an unseren Hochschulen, für mehr Digitalisierung unseres Mittelstands, für eine erfolgreiche Zukunft für uns alle. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins.